guten tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge total war three kingdoms sorry wenn es jetzt ein bisschen kackelt und knarrt und quietscht ich musste noch was einstellen muss noch was einstellen ja hier ist noch unser reich es gibt es ja drei königreiche im prinzip also richtig kaiser also richtig kaiser sind wir eigentlich noch nicht so wie ich das jetzt verstanden habe das wird jetzt nicht oder welches jahr jetzt ja im prinzip ja kaiser das ist seit wir sind jetzt die drei wo anspruch auf den kaiser titel haben und ich schaue jetzt noch mal kurz wem sind wir jetzt böse kommt juni es ist der kuni da übel 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 eigentlich blieb ich ganz bändig zahlung bieten dann lassen wir mal ja schon mal einer weg hatte ich dongli mit der kann ich keinen frieden schließen oder das ist ja das wird ein kurzes treffen alles klar ich habe ich noch ein bisschen alles klar wisst ihr was ich da mache alles klar handelsabkommen wäre aber mit der möglich wie dann würden wir noch mit unterstützung handeln ich habe ja wieder müll 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 brauche ich also im prinzip so 0,4 da noch zahlung leisten machen wir gleich mal 200 300 450 460 wie dann achten ach mein gott dann meine aha das ist schön gut repression der der komischen harrys jetzt habe ich kong suchen der hat ich hatte noch ein lad bekommen ok und ups jetzt habe ich verdrückt den hier wurde ich das ist der hier oder ach gott sind sind das geile verbündet ich weiß jemand an bündnis krieg schi aha ja man mit denen handel ich ja schon den handel ich mit dem den da den da das wird kurz ist zeit so irgendwie ein aber war war schon ist das ist der wir haben nicht viel zu besprechen genau junge dame machen wieder was anderes unterstützung welchen schrott will ich denn hier nicht haben handel stetigen 4,5 dann da ist so eine ratte einfach noch hinzufügen noch so ein ding da minus 0,1 dann noch schnell zahlung leisten machen wir mal ein hunderter unglaublich ja ja ich bin ja so ein böse moloch aber die gasse klingelt dafür schön 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 wunderbar gut wir gut mal kurz hier speichern mal ausnahmsweise so nicht dass damals böses passiert und ja jetzt würde ich sagen machen wir mal hier die nächste runde weiter geht es im spielchen oder da geht es nicht runter ich weiß ich nicht was ihr beiden davor habt ihr hockt da von meiner hauptstadt jungs das kann ich glaube nicht so gut heißen okay da ist so ein bekloppter da ist mein harry der kann nicht so weit der wollte eigentlich noch pause machen dass der bekloppte meiner hier ruht sich ein bisschen aus weil der auch angegriffen worden ist und so stark sind die eigentlich nicht die stadt kann ich aufbessern warum kann ich nur das machen auch kein geld jetzt dachte schon ja der da kann nichts machen mit denen da marschiert dann weiter nach rechts der das wieder langsam aller guten dinge mit denen da kann ich ja blöd nicht wahr kann ich da einfach rüber weiß jetzt nicht ob schlauer wäre ob ich kann ich den glaube ich es geht nicht für china geht mal so hin nächste runde mal schauen was passiert aber mal gehen die doch mein land durch ja das ist das so unangenehm obwohl ja ja voraussage für sie wisst ihr was ich drücke da jetzt einfach auf delegieren weil es ist alles klar welches level bist du nix ja grausam 5 prozent korruption ist ja ja rekrutieren den konflik konnte ich jetzt nicht hin weil der sehr pur gas ok dann bin ich da jetzt an unserer seite in unserem krieg gegen das chaos warum so sei es für dieses lumpige geld mal doch kein rocker speichern weiß er nie sicher sicher gut gut ja jetzt kann ich wieder meine arme händel paddeln blöd naja ich gehe da noch mal jetzt stadt zurück dann sage ich hier gleich mal ich mache was ganz lustiges nämlich anstatt jetzt was zu habe zu bauen baue ich jetzt lieber hier mal so ein turm ist denke vielleicht eventuell schlauer aber nur eventuell berichtet was in meiner abwesenheit geschehen ist ja ich hab da ganz sehen war noch eine stadt oder ja bis hierhin geht man reich dann laufe ich mal genau bis dahin blub dann regeneriere ich noch schön das ist eine berechtigte frage ok mein cooler general der geht mal ein paar schritte nach oben blub hier verwalterte teils das machen wir das ist immer gut der tante geht es gut oder und da wir sind euch des friedens das 50 prozent ja 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 da geht viel geld rödel in chen was kann ich da aufbessern kann ich es immer noch nicht machen das was ich will großstadt wir haben genug essen und dann mache ich das auch bei so ein gehalten was wir daher ein geld kriegen das ist enorm nächste runde bin ich mal gespannt ja 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 das ist echt krass war hat haaren gerade zu verzeihen gemacht ne ja treue des spionzwangs qd qd wessen qd ja drück erstmal speichern wer wisst ne schnittschnack qd wessen qd gut gut er kann eigentlich nichts machen und den kann ich auch nicht jetzt könnte höchst nötig ne jawohl müssen wir mal lassen der da ist bei denen was kannst du da jetzt alles machen das haben wir jetzt schon gemacht okay armeen vertreten militär aufstand militär aufstand das war schön warum machen wir das da mal jetzt noch ein bisschen besser und hier sei dann noch hier bei euch gleich die stadt mal aus beziehungsweise das war ja ich habe noch geld 900 warum kann ich das jetzt hier nicht bauen das gibt jetzt nicht einfach mit das jetzt hier nicht bauen darf manche thema drei mal so und zumal keine ahnung warum es nicht geht merkwürdig angriff so schnell speichern ich denke auch dass wir es jetzt nur delegieren es sollte ja klappensweit verloren zu 190 ist in ordnung besetzen so wie auch da ist jetzt die stadt dann okay so echt gut dass wir die jetzt da getrennt haben voneinander führt mit schnärken führt mit schnärke akkerland wo ist das da drüben dann gehe ich mal darüber zur kupfermine angriff machen wir auch mal delegieren sind ja eh nur kleine geplänkel also von dem her für den wiederaufbau müssen wir das fundament legen gut oh das ist echt gut der kommt hier nur durch wenn er hier durch geht interessant den müssen wir auch dann irgendwann mal kaputt machen und soll was sein er freut sich hier natürlich dass wir hier den da ein bisschen zurück drängen aber ja dass also normalerweise müsste ich theoretisch eher in die richtung laufen das heißt lauf mal da ins eck schön dass ich mich reispere dann mein nummer flop floppy disk haha aber von dem her also machen wir schon gut land gewinnen ist da jemand sauer macht da jemand einen zwergenaufstand einen zwergenaufstand naja die müssen wir eh noch vernichten also von dem her wir wählen unsere verbündeten nicht zur koalition und einladen ich weiß jetzt gerade nicht wie mächtig du da bist wo bist denn bist du da das kleine reich wo bist du da scheiße scheiben gleich scheiße wenn das alles ist kachin ja jetzt haben wir ja alles untreu untreu kann eh nichts wir machen immer wieder ignorieren ist mir wurst blub zwergenaufstand geil schön wirklich schön angröste darin 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 oh oder sie mann da ist ja jemand wird geht unser land bis sie dann laufe ich mal genau ist ein wunderbar und ich glaube das ist eine hauptstadt schön okay das hier ist gut dem hier müssen wir eben bischen bischen warten hier und dann ist das hier besser das ist mal lustig ich würde sagen wir greifen trotzdem jemanden aufgeben werden die nicht deswegen haushungern lassen blub haben wir das unser son kommt nicht so weit auch nicht wer hier dann könnte rüber spazieren aber geht nicht wir müssen mal hier eine reformen formen dort dornen kommen zehn charaktergehalt okay das hier aber wer vielleicht auch mal zu überlegen sechs prozent korruption drei prozent öffentliche ordnung eigentlich bessere einheiten einfach um bessere einheit dass da will ich gut jetzt kann ich das dann endlich und die belagern wir jetzt schön und jetzt machen der nicht mehr weiter vor das passt und ich denke das wasser auch soweit von dieser wunderschönen folge total war three kingdoms und ja ich hoffe euch hat es wieder mal spaß gemacht und in der nächsten folge kümmern wir uns mal darum und ja macht's gut bis zum nächsten mal